Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, herzlich Willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Orphan First Kill, dem Prequel zu Orphan, das Weißenkind. Ein Film, der jetzt schon 13 Jahre auf dem Buckel hat und jetzt kommt das Prequel. Warum das etwas Besonderes ist oder sein könnte, das erfahrt ihr von uns gleich. Und wenn ich wir sage, meine ich nicht nur mich, sondern auch den Dominik. Hallo Dominik. I'm not your fucking mommy. Hi. Ja, das will ich auch hoffen. Also, wir lieben da draußen. Also Dominik, wir konnten uns zu Orphan First Kill vorab ansehen. Er startet am 8. September bei uns in den Kinos. In den USA läuft er schon in den Kinos so wie auf, ich glaube, Paramount Plus ist es. Und wie gesagt, das ist die Vorgeschichte zu Orphan, das Weißenkind. Wir werden Orphan, das heißt den ersten Teil hier, bestimmt spoilern. Deswegen seid gewarnt, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, unsere Empfehlung, glaube ich, dann macht hier Pause, guckt den Film und kommt zurück. Dominik, was sagst du denn? Was ist deine Meinung zum allerersten Orphan? Äh, ja, äh, ich glaube, ich habe den, also der ist ja wirklich, ich glaube, 2009 ist der, ne? Der ist ja, glaube ich, äh, von, genau, der ist von Jean-Colais Serrat, ein Regisseur, für den ich eine gewisse Schwäche habe. Ähm, ich habe ihn, glaube ich, ein, zweimal gesehen. Ich weiß, dass meine damalige Freundin ihn immer ziemlich toll fand, habe ihn aber tatsächlich nicht noch mal jetzt vorab geguckt und wirklich, also, ich habe den maximal ein-, zweimal gesehen, auch schon wirklich vor einigen Jahren. Wie sieht es bei dir aus? Bei mir ist es ähnlich. Ähm, ich habe ihn das erste Mal auf DVD gesehen, als er rauskam und dann noch mal vor drei, vier Jahren, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext und muss auch sagen, der Film hat ja wirklich viele Fans und ich kann das auch nachvollziehen, weil er hat ja diesen Twist, dass dieses Waisenkind, diese Esther, gespielt von Isabel Thurman, äh, ja gar kein neunjähriges Mädchen ist, sondern eine russische Frau, die wegen einer hormonellen Störung nur aussieht wie ein Kind. Genau, und die Mitte 30 ist, glaube ich, ja. Genau, genau, und die auch eigentlich Lena, Lena Klammerer, glaube ich, heißt. Und der Film hat viele Fans, äh, ich gehöre nicht dazu, ich finde den, ich finde den irgendwie solide, aber er hat mich jetzt nicht so wirklich, äh, begeistert. Aber wie gesagt, ich kann da nur die Leute verstehen, die wirklich ihren Spaß mit dem Film hatten. Ähm, so viel sei gesagt, das schicke ich voraus. Ich finde die, das Prequel finde ich besser, ein Müh besser als den ersten Teil. Ähm, und Prequel, das heißt Vorgeschichte, das heißt, wir sehen jetzt, wie Lena Klammerer oder Klammerer zu Esther wird. Ähm, und der Film beginnt auch gleich mit, äh, einem guten Hinweis, nämlich wie die weitere Marschrichtung dieses Films ist, nämlich, zu Beginn bekommen wir erst mal feinstes Horrorfilm-Klischee, nämlich eine Psychiatrie. Wie hat dir denn der Anfang so gefallen? Ja, das war schon so. Also, ich, ich muss ja sagen, ich hatte jetzt nicht die höchsten Erwartungen, weil, äh, der alte Film ist nun mal 13 Jahre alt und, äh, Isabel Furman ist jetzt, äh, keine, äh, Sweet, äh, 13 oder, oder 10, 12 war die, glaube ich, auf jeden Fall beim, beim Dreh des ersten Teils, sondern sie ist jetzt Mitte 20. Und, äh, es, äh, weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, aber es gab ja tatsächlich jahrelang Gerüchte, dass es irgendwann mal ein Sequel geben würde. Und ich fand das immer total absurd und fand es dann noch befremdlicher, als es hieß, Oh, es kommt tatsächlich noch ein Teil, aber kein Sequel, sondern eben jetzt ein Prequel. Da dachte ich mir so, wie wollen sie das denn bitteschön machen? Mit einer, die jetzt, ja, Mitte 20 ist. Und, äh, ja, der Anfang ist schon sehr, sehr klischeehaft und hat dann auch so ein bisschen meine relativ niedrigen Erwartungen an der Stelle bestätigt. Das hat sich aber, und das muss ich sagen, so im Verlaufe echt so ein bisschen so peu à peu gesteigert. Und ich höre bei dir raus, dass du den, also, meintest du ja schon, du fandest den besser als den ersten Teil tatsächlich. Ganz genau. Denn der erste Teil ist halt, ja, sagen wir es wie es ist, ist halt Horrorschlotz. Ja. Ja, der hat eine nette Idee, aber der tut halt unglaublich, als wäre er sehr clever und sehr seriös, ja, so ein erwachsener Horrorfilm oder ein erwachsener Thriller. Ja, und Orphan First Kill, äh, der, finde ich, adressiert dir allein schon mit dem Anfang, hör mal, wir sind Camp. Wir haben diese Campy-Attitüde. Ja. Und gegen, nach gut einer Stunde oder kurz bevor die Stundenmarke geknackt wird, ähm, gibt es halt in Orphan First Kill auch eine Enthüllung, die wir jetzt hier nicht verraten wollen. Aber die ist halt so, ich fand die so großartig, weil damit hatte ich dann wirklich nicht gerechnet. Und, und die kippt den ganzen Filmen auch so ein bisschen. Ja, ja. Und, ähm, das hat mir Spaß gemacht. Ich muss sagen, für meinen Geschmack hätte der Film gerne noch ein bisschen mehr Campy sein können und noch ein bisschen mehr in die Waagscheine legen können. Also, man muss dazu mal sagen, also, die Kills sind nicht so blutig, das geht eigentlich. Die sind, äh, meist auch relativ schnell abgehandelt. Ähm, und man muss auch ganz ehrlich sagen, diese Familie, in der Esther dann hineinkommt, ähm, die ist halt, also, dysfunktional ist jetzt untertrieben. Ja, also, ich verstehe einfach nicht, wie so eine Familie funktionieren kann, weil Mutter und Sohn sind wirklich die letzten Kotzbrocken und Vater als Mutter Teresa. Ja, ja. Ähm, und der Film, aber der hatte mir das immer so adressiert nach dem Motto, ich weiß, was wir hier für ein Bullshit verzapfen. Und ich finde das immer ganz, ganz unterhaltsam. Und, ähm, es gibt natürlich auch ein paar Schwachpunkte an dem Film, zu denen kommen wir dann wahrscheinlich gleich. Aber insgesamt, fand ich, war ich dann doch überrascht, wie gut mir auch First Kill gefallen hat. Ja, vielleicht natürlich auch, weil du, äh, also, ich meine, du mochtest ja den ersten Teil nicht so wirklich und deshalb hast du dir hier halt wahrscheinlich überhaupt nichts erhofft. Und deshalb bist du dann positiv überrascht. Bei mir ist es ähnlich. Also, ich müsste den ersten Teil vielleicht noch mal sehen. Ähm, aber, äh, ich muss auch sagen, dass ich erstaunt war, wie relativ gut ich mich unterhalten gefühlt habe. Also, ich fand, der war auch gar nicht mal schlecht inszeniert. Den Abspann fand ich visuell tatsächlich sehr schön. Ich sag jetzt natürlich nicht, was da ist. Ähm, er hatte jetzt vielleicht nicht ganz solche, äh, pfiffigen Regieeinfälle wie, äh, Jean-Claude Serrat. So, im ersten Teil gab's ja, glaub ich, dieses, äh, taubstumme, äh, diese taubstumme Stiefschwester, wenn ich mich recht erinnere. Da waren sehr schöne Einfälle. Und die Schauspielerin war ja, glaub ich, wirklich taubstumm. Ähm, und vor allem, äh, ist meine Skepsis aber auch weggeblasen gewesen. Also, ich weiß nicht, vielleicht hat's ja dich gestört, aber ich kann für mich sagen, es, äh, hat sich tatsächlich nicht bewahrheitet, äh, dass ich dachte, sie ist einfach jetzt zu alt für die Rolle oder das funktioniert nicht. Sie haben das ja wohl irgendwie mit Perspektiventricks und, und allem Möglichen gemacht. Mhm. Eigentlich so ein bisschen wahrscheinlich wie beim Hobbit, ne? Ähm, hat das für dich funktioniert? Ja, also, du sprichst da ja quasi sozusagen den Elefanten im Raum an, nämlich ihre Verjüngung, die ja nicht, äh, digital vonstatten gegangen ist. Und ich muss sagen, ich find das schön, dass sie's versucht haben. Und es gibt ganz, ganz viele Szenen, wo du's auch gar nicht merkst. Ja. Äh, und wie du schon gesagt hast, sie haben halt mit, mit Schnitttricks, mit Kameratricks, mit Stand-in-Doubles und natürlich auch mit Make-up gearbeitet. Aber es gab immer mal wieder wirklich Szenen, wo ich rausgekommen bin aus der Handlung, weil mir aufgefallen ist, da steht grad ein Stand-in-Double. Mhm. Ähm, also ich finde, es sieht immer noch besser aus wie jetzt so manche CGI-Verjüngungskur. Mhm. Ähm, ähm, aber ich finde, wenn man ein bisschen drauf achtet, merkt man's schon. Hat mich das rausgebracht? Ja, hat es. War es so schlimm für mich? Nee, war es nicht. Also, ich find eher, haben sie gut gemacht. Ich hab ein anderes, größeres Problem mit dem Film. Das ist, glaub ich, sogar mein größtes. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie die Optik gewählt haben, um halt diesen Verjüngungseffekt besser verschleiern zu können. Aber ich finde diesen Film visuell wirklich hässlich. Ja. Der wirkt immer so überbelichtet, immer so ein bisschen, als ob man durch so ein Milchglas gefilmt hätte. Äh, so, auch ein bisschen so Weichzeichner ist da mit drin. Und ich muss wirklich sagen, optisch, visuell ist das mit einer der hässlichsten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Wirklich. Ja, vor allem frage ich, also, da kann ich mich anschließen, das hat mich, äh, in manchen Szenen war ich sogar echt am überlegen, ob man irgendwie mit Nebel gearbeitet hat. Aber ich glaube, es ist einfach das Color Grading und eben, äh, ja, wie du schon sagst, Weichzeichner und, äh, ja, also, normalerweise mag ich eigentlich so einen roughen, verwaschenen Look, aber hier hat es irgendwie nicht funktioniert. Vielleicht haben sie damit was kompensiert, vielleicht auch aus Budgetgründen, ich weiß es nicht, was man im Film auch so ein bisschen anmerkt, äh, also, ich hatte ja schon, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber der fühlte sich für mich tatsächlich auch sehr kurzweilig an, äh, fast schon irgendwie ein bisschen zu kurzweilig. Ähm, also, ich weiß auch nicht, du hast irgendwie schon gemerkt, dass es ein Film ist, der in ernster Linie auf dem, äh, Streaming-Dienst erscheint und nicht unbedingt im Kino so breit. Also, weiß nicht. Ja, also, er ist, äh, ich glaube, er geht unter 100 Minuten, das heißt, er ist, hat eine relativ normale Spielfilmlänge, ähm, aber ich finde auch, dass sobald dieser, dieses Reveal, diese Enthüllung kommt, die wir gerade eben schon mal angesprochen haben, ist der relativ hastig, der Film. Dann geht es wirklich Schlag auf Schlag. Ja. Hat mir aber, glaube ich, ganz gut gefallen. Also, ähm, das wirkte halt auch dieses, diese, diese Campy-Attitüde, das gehörte für mich dann auch dazu. Es ist halt wirklich wie so diese Groschen-Romane, die man irgendwie am Kiosk kaufen kann oder kaufen konnte. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Aber so ungefähr ist für mich Orphan, äh, First Kid, ich will mal Orphan-Black sagen, deshalb ist es falsch. Ja, das ist ein bisschen was anderes. Und das ist auch eine andere Schauspielerin, glaube ich. Ist das nicht Ski-Hulk? Ja, egal. Genau. Ähm, ja, nee, also das, also, Campiness, äh, habe ich auf jeden Fall auch gespürt. Äh, ich meine, ganz ehrlich, als ich den Film so anfing, dachte ich mir, ja, komm, ey, was, was wollt ihr jetzt hier großartig machen? Das ist halt ein Prequel zu einem Film, der irgendwie, also, das, das, das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, jetzt im, im Nachhinein, also nicht nur, dass Isabel Furman, äh, doch in der Rolle echt noch gut funktioniert. Äh, man muss sagen, diese Esther, die hat schon, also mal angenommen, dass, äh, äh, das, ich sag jetzt mal wirklich ganz großspurig, Franchise wäre eher, äh, äh, fortgesetzt worden oder, oder geprequelt worden, dann wäre das heute eventuell wirklich schon, also, die, die hat für mich schon echt irgendwo Kultpotenzial, die Figur. Das muss man schon sagen. Ähm. Ähm, ja, weil sie halt auch immer wieder Szenen integrieren, das auch in der, in der Folkgeschichte, die halt so ein bisschen herausstechen. Es gibt zum Beispiel einen kurzen Moment, wo sie halt Auto fährt und dann, äh, dann endlich mal so ein bisschen ihre Maskerade fallen lassen kann und dann fährt die halt da mit, äh, Kippe im Mund und Sonnenbrille und rot geschminkten Lippen und dazu läuft auch noch Maniac. Ähm. Ähm, das ist schon, das ist schon wirklich schön. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich diese Isabel Fuhrmann, die ist mir nach dem ersten Off-Film nie wieder richtig aufgefallen. Die hat dann schon ein paar andere Sachen gemacht. Ich glaub, letztes Jahr war sie in der Scaleroom 2 drin und in die Robote von Panem hat sie mitgespielt. Ja, da hat sie im Prinzip auch so eine Rolle gehabt. Ja. Ähm, und ich find's ganz schön, dass sie jetzt wieder auf sie zurückgegriffen haben, denn man hätte es ja auch anders lösen können. Ich mein, eine Neubesetzung ist jetzt auch nicht das erste Mal gewesen. Ja. Ähm, aber ich glaube halt wirklich, dass die ja, der erste Film durchaus sich über die Jahre auch so eine kleine Fanbase aufgebaut hat und die wahrscheinlich jetzt auch sehr glücklich sind, Isabel Fuhrmann wiederzusehen oder Fuhrmann. Und die macht das auch gut. Ähm, das, das Drehbuch hat halt nur so ein bisschen das, in Anführungszeichen, Problem, dass es gleichsam versucht, sie als Bedrohung darzustellen, gleichzeitig aber auch vom Zuschauer verlangt, dass man doch Empathie für dieses Wesen empfindet. Denn sie muss ja auch einige Rückschläge hinnehmen, weil, darüber haben wir ja noch gar nicht geredet, die Familien, die sie kommt, ich nenn's mal angeführt von, einer Mutter, gespielt von Julia Stiles, ist ja nicht gerade so das, äh, was ich als eine normale Familie bezeichnen würde. Und Julia Stiles macht da auch einen guten Job, weil... Oh ja, da hab ich mich gefreut. Das ist, das ist auch wirklich ein, ich sag mal, Duell auf Augenhöhe. Ja, Julia Stiles sieht auch irgendwie, äh, ganz anders aus, als man die kennt, ne? Die kennt man ja eigentlich. Ich hab Julia Stiles wirklich seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ja, also ich hab sie zuletzt gesehen und da hatte sie nur ganz kleinen Auftritt, weil sie da halt zu der Reihe gehörte, mal, äh, hier Jason Bourne. Da war sie, da war sie, glaub ich, drin in dem fünften. Ja, ich erinnere mich, ja, 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 stimmt. Aber sonst, pfff, nee, weiß ich nicht. Und ich hab mich echt gefreut, weil, äh, ja, nee, also, vor allem das Schöne ist ja, äh, das hattest du ja schon, äh, jetzt mehr oder weniger schon vorausgeschickt, ähm, so auf zwei Drittel macht der Film ja etwas, womit man jetzt nicht so gerechnet hat. Und, äh, ich, ich muss ja sagen, ich, ich saß ja die erste, das erste Drittel da und dachte mir so, ja, es ist ganz okay, es variiert jetzt halt irgendwie einfach nur noch mal die Motive des ersten Teils und dann kommt halt dieses letzte Drittel, ja, das, das war schon, also, das, das hat schon mehr Eindruck hinterlassen, sag ich mal. Hm. Konntest du denn mit Esther mitfiebern, weil ich hatte damit tatsächlich so meine Probleme, weil, ähm, zu Beginn, ich hab ja schon gesagt, der Anfangspieler, die war ja schon in der Psychiatrie, macht sie ja auch Sachen, dass sie wirklich auch, ich sag mal, unschuldige Leute wirklich sehr brutal auch töten. Oh, ja. Und da fällt es mir dann schwer, dann irgendwie dann später irgendwie zu sagen, ach, das arme, die arme Frau, muss man ja sagen. Ähm, hat das bei dir vielleicht besser funktioniert? Hm, würde ich jetzt nicht sagen, aber die Figur hat ja schon irgendwie insbesondere dann zum Ende hin auch eine gewisse Tragik, äh, womit aber auch natürlich nicht ihre Taten entschuldigt werden. Also, das fand ich tatsächlich doch, äh, ganz schön ambivalent. Also, da, da waren ja Stellen, wo man gemerkt hat, dass die doch irgendwie, ja, auch, also, eine Verletzlichkeit hatte die jetzt nicht, dafür ist sie viel zu resolut, aber da ist trotzdem, äh, also, da, da sind auch so Momente, da merkst du, da spielt sich schon irgendwie auch was Menschliches hinter, hinter dieser, ja, monströsen Fassade ab eigentlich. Wobei das ja das Schöne ist, weil in dem ganzen Film geht's ja um Fassade und dieses Manipulative, ich hatte den Eindruck, also gut, äh, ohne Gewehr jetzt, der alte Film ist jetzt wirklich schon eine Weile bei mir her. Genau, da hat Vera Famicza die Mutter gespielt, ne? Ähm, ich hatte den Eindruck, dass, äh, äh, dieses Manipulative in dem Film hier nochmal anders ausgespielt wird. Und dass das dann auch irgendwann so ein, hattest du ja schon gesagt, ein, äh, Konfrontation auf Augenhöhe ist. Und das, das, das hab ich nicht kommen sehen, das hat mir gefallen. Ja, ich find, dass der, der Film oder besonders das Drehbuch es auch sehr geschickt macht, weil wir wissen halt das Geheimnis, weil wir wissen um das Geheimnis von Esther oder Lena und denken jetzt eigentlich, wir bekommen jetzt so, ja, wissen Sie das usual, das heißt, dass sich halt in diese Familie da irgendwie reinzwängt. Und, äh, wir wissen ja auch, wer den ersten Teil kennt, den Ausgang, ja? Ähm, das ist ein Nachteil, äh, entschuldigen, wenn ich das sage, äh, das ist jetzt halt der Mist, äh, man kann dieses Prequel, ja gut, also, klar, man, man kann es gucken, wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat, aber es nimmt halt die Wende des ersten Teils vorweg, ne? Das, das ist der Knackpunkt so ein bisschen, würd ich sagen. Oder, ja. Ja, das stimmt, wobei, vielleicht ist dann auch ganz interessant, den ersten Teil, äh, noch, den ersten Teil zu sehen, ähm, halt mit dem Vorwissen, also, es, ja, jeder Heck ist anders. Jetzt bin ich raus. Scheiße. Ja, ähm, ich würd sagen, äh, also, ich hätt jetzt soweit nix mehr, deshalb würd ich sagen, kommen wir zu nem Fazit, oder? Ähm, okay, ich wollt jetzt zwar noch mit ihr gerne besprechen, was du jetzt zur Mode von Esther sagst, weil die trägt ja sehr interessante Kleidchen, und wir wissen ja alle, wenn's um Mädchenkleider geht, bist du unsere Nummer eins hier beim Titelstammtisch, aber gut, dann lass mal, und komm gleich zu einem Fazit. Ja, äh, Haute Couture, äh, trage ich nicht mehr so auf. Ich, äh, ich hab mich auch verändert in den, äh, in den Jahren, die ich, äh, verschwunden war und, äh, als vermisst galt. Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, ja gut, dann, dann fang ich an, ähm, ja, ist, äh, also, ist jetzt weder, äh, jetzt völliges, äh, also, der, der wird jetzt kein Geheimtipp oder sonst was, ähm, aber ich muss sagen, für das, was er ist, ist dieser Film erstaunlich solide an einigen Stellen, er hat natürlich auch Schwächen, die haben wir ja auch klar herausgestellt, aber unterm Strich, äh, es, es ist halt ein campiger Genre-Film, der einem eigentlich genau das, das gibt, was, was man will, äh, oder, äh, was man sich erwartet und erbricht es dann aber eigentlich schön, nimmt sich dann aber leider dafür nicht genug Zeit, das, das ist, äh, eine große Schwäche, aber ansonsten, äh, ich meine, meine Erwartung war nahezu im Keller und, äh, unterm Strich ist, ist, weiß ich nicht, also, wenn der im Stream läuft, macht man da eigentlich gar nicht so viel falsch mit und wenn man den ersten mochte, dann, äh, ja, ist das schon ein Zuckerli, würde ich sagen. Ja, da kann ich mich weitestgehend nur anschließen, vielleicht noch mit der Ergänzung, dass ich halt, dass es bei mir vielleicht, ja, dann doch nur so ein bisschen für oberes Mittelmaß reicht, Ali, weil ich ihn halt wirklich hässlich finde, wirklich richtig hässlich, ähm, und für meinen Geschmack hätte halt diese Campy-Attitüde gerne noch ein bisschen heftiger ausgespielt werden können. Weiter, weiter, noch, noch, äh, weiter, auch, auch gerne noch ein bisschen, bisschen die Schraube andrehen noch, ehrlich gesagt, ne, also, äh, das, das hätte halt diesen, also, das, das, das hätte diesen Camp-Faktor noch mal schön begünstigt, finde ich, also, das hätte auch gerne ins Comic-Hafte gehen können von mir aus. Ja. Ja. Ansonsten sehe ich's auch so, wenn euch der erste Teil richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr gerne ab 8. September ins Kino gehen und gucken, dann müsstet ihr eigentlich nur relativ gute Zeit mit haben. Ansonsten reicht's, glaub ich, aus, wenn ihr wartet, bis der irgendwann mal im Stream oder das VOD erscheint. Ja, ja, ja. Ähm, aber ich glaube, jetzt von unserer Seite kann man sagen, wir sprechen mal eine, nimm jetzt mal eine sanfte Empfehlung auf. Ja, Empfehlung mit Kratzern. Also, es, es gibt bessere Prequels, es gibt schlechtere und für das die Vorzeichen, äh, hier nicht grad die besten waren, ist das ein erstaunlich solider Vertreter für sich betrachtet, ja. Ja, hoffen wir einfach mal, dass, äh, Isabel Föhrmann jetzt, äh, weitere Rollen bekommt, wo sie Erwachsenen spielt. Das wäre doch mal schön. Ja. Ich wünsch dir alles Gute. Mit diesem Wunsch, ja, genau, mit diesem Wunsch verabschieden wir uns, äh, denkt dran, den Tele-Stammtisch findet ihr bei Instagram, Twitter und Facebook und wir haben auch eine eigene sexy Webseite, nämlich www.tele-stammtisch.de, da kriegt ihr auch alle neuen Podcastfolgen und sogar ein paar Infos über die Leute, die dieses Projekt machen, na, wenn da nicht mal ein paar sexy, sexy dabei sind, ich weiß es nicht. Also, vielen Dank fürs Zuhören, Dominik, dir gebührt das letzte Wort und ich sage Tschüss. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.